Musik Tag Leute, ich bin der Rolf und wir spielen heute Brick Force. Ich habe mir die Snake geholt und abgegradet. Schaut, 5 und 5, ich habe noch 139 Tonnen übrig, ich habe mir für heute mal die Färken gekauft, aber meine Meinung, schauss, also unabgegradet. Ja, da bräuchte ich vielleicht noch eine Liste Pistolen, schaut, hä, Färken, Hauptwaffe. Schwer, hm, habe ich nur die Bronto, Life, da habe ich nur viele und weitreichend habe ich Viper und Snake. Ja, fangen wir mal an. Das war die erste Map, die ich gespielt habe, auf Brick Force. Und zwar war das auch ein Death Make. Ich habe mir diese Box ja von Anfang an gekauft. So wie dieser Typ hier. Hier, und dann bekommt man ja diesen Helm. Ja, und dann habe ich halt einen Helm gehabt. Dann räume ich auch gleich mal ein bisschen ab. Nein, da schreiben sie gerade schon einen Plan. Oh, du Idiot. Oh, der hat auch die Snake. Komm, 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 komm. Put, 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 put. Ja, ich bin nur der Snake eigentlich recht gut, würde ich mal sagen. Oh, hard, this is a pro. Oh, der kommt jetzt gleich. Warte. Oh. Ups. Ich finde den Doppel-Zoom cool. Bitte geht in Deckung. Ui. Kein Brick-Shot. Oha. Nein. Rolf. Ey, der heißt Rolf. Cool. Cool. Ich habe nur vier Kills. Oh, ich schieb. Haha, Rolf. Ah, die sind schon gut. Ich lade immer sofort nach. Haha. Dem seien ist schon gut. Okay. Oh, da hat er mich gekillt. Oh, jetzt habe ich ihn. Alter, wo? Nein, da läuft der mit der Viper so weit vor. Weil. Das war der hier. Na, ich will keinen Level ab. Schaden. Ich will viel. 79, meine Kali 60. Nein! Oh, I2Z ist nur besser geworden. Das ist die. PLP-Lager. Wildlager. Na, ich will aber mal mit wenigeren Spielen. Wenigeren Spiele. Bitte. Oh. Spieler. So. Oh Gott. Hier ist es. Hier. Wer ist nicht dabei? Cool, ich geh zu dem. Der ist versachen. Ich finde es geil, gut zu sein. Vor allem, wenn hier so wenig drin sind, dann kann ich auch ganz leicht snipern. Hm. Alter, dem habe ich es aber gegeben. Nein, das ist nicht. Den müsste ich eigentlich one-hippen, wenn ich Bildschirm mache. Nein. Aber die, die, Skadi ist eigentlich auch ganz in Ordnung. Oh, ich habe gerade gedacht, es ist einer. Marvin 414. Blau sind wir. Das spielt mit der Porky Hawk. Oh Gott. Porky Hawk. Die haben auch Geld zum Scheißen, oder? Geh weg. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Anfund. Und wahrscheinlich bleibt keine Anzahl. Ich bin so schlecht. Das stimmt. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Und damit, sie sind so schlecht. Hat wahrscheinlich dein Weihnachtsgeld genug, um sich Ausrüstung zu kaufen. Brickshort. Headshort. Na, dieser... Hallo. Aller dies Arschlöcher. Ihr Dummies, warum lauft ihr vor mich, wenn ich schieße? Oh, das könnte ich... Ich könnte schon wieder kotzen hier. Schaumformer. Ach, ich... Alter, nein! Cool! Ich bin die Scheiße. Ich bin die Scheiße. Reicht kill. Vielen Dank. Oh, eben selten. Sieht einfach geil aus. Ja, da kann man sich fast nicht mal bewegen, wenn man abgeschossen wird. Oh! Boah... Brickfowl, ich hasse dich. Okay, jetzt reicht's. Yo, Mark. Ah, das sind mir einfach zu viele Spieler. So. Kabel Quake. Ah, die Map habe ich schon mal gespielt. Ach ja, wie gefällt ich mein neues Intro. Ich finde das ist sehr schön. Kommt beide bei ein anderes. Ja, ich finde mein Intro ist super. Oh, was ist das? Inka-Tempel ist eine schöne Nippe. Nein, nicht alle gegen alle! Nein, nein! Ring! Savo-Killer wurde gekekt. Bereit! Könnte ich mal... D- Da stand da gerade Chat. Dieser, der hat Mund genommen. Mit der Boa! Egal! Ähm... Kübis nach hat er meistens nicht so... Hehehe! Schwugel auf meinen Kopf! Er... 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 Oh, ich war kurz weg, weil ich, ähm, Ding musste. Am Telefon. Das ist immer meine Oma. Das ist immer meine Oma. Nein, alle, die lädt extrem schnell nach. Das ist immer meine Oma. Das ist immer meine Oma. Ich bin sprachlos. Deswegen habe ich jetzt auch gar nichts gesagt. Ich wollte euch mal zeigen, wo ich bin. Jo, blöden Fischer. Nein, lass mich da hoch. Ah, ich bin immer noch nicht erster. Ich liebe Regen. Verdammt. Ich liebe einfach nur, ey, das ist so cool. Ich liebe einfach nur, ey, das ist so cool. Ich liebe einfach nur, ey, das ist so cool. Ich bin kein Bug-User. Ich liebe einfach nur, ey, das ist so cool. Ich liebe einfach nur, ey, das ist so cool. Nein, ich bin schon hier runtergefallen. Ich liebe einfach nur, ey, das ist so cool. Ich liebe einfach nur, ey, das ist so cool. Ich liebe eigentlich. Da war mir einfach nur noch ein bisschen zugegeben. 7 hier ist kein Zeug n das war nur in 60 Prozent was die 69% die Snake fuck man, wie schnell geht die kaputt shit, alle, die geht übel schnell kaputt die hat nur noch 69% gehabt ich habe keinen Schaden genommen, du Opfer aber doch, aber nicht viel ja ja Doppel Doppelgel ich spiel hier jeden Doppel ne ja genau, zwei auf einmal Schark ist doch scheiße, oder? schnell weg hier schnell weg hier oh oh oh, alter wie die hier alle ich habe jetzt zwei Kiel, das war mit den Nates die sind unwahrscheinlich arg die sind unwahrscheinlich arg die Nates, äh, die die Oh, dieser Spaß ich hätte den eigentlich locker killen können Okay. Oh, jetzt gehe ich raus. Sky Fight. Also, das, das hört sich super an. Vor allem für meine Snake. Ja, aber das ist, das ist mein letztes, ne? Meine letzte Runde. No Scope ist fast unmöglich, so einzukillen. Nur mit ganz, 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 ganz viel Glück. Oh, Alter, Hit des Tages. USA, USA, USA heißt es. Oh, Alter, wie kann der das überleben? Jojo-Forst. Da geht er denn mit der Edda. Einfach mal drauflos gewollert, ne? Ja, hätte ich mit der Edda auch. Scheint aber ein ganz guter Sniper zu sein. Okay. Jetzt finde ich mich blöd. Gehen wir mal da hoch. Das ist ein schöner Platz. Das ist ein schöner Platz. Das ist ein schöner Platz. Das ist ein sehr Ringspräch. aber weil ich habe noch ganz schön viel gezogen was findet ihr besser hätte der normale Kopfhörer nein ich bin nicht mehr hochgekommen ja was findet ihr da besser als ich bin ganz ehrlich aber ich finde Kopfhörer besser ein Headset naja das ist nicht so für jedermann ich kann es nicht leiden wenn die da einfach verschwinden hier die sollen sich zeigen m der hat ah ne aber wie könnt ihr alle mit der Felgen spielen ich finde oh kacke also ich habe bis jetzt noch ein kein einzigen Schaden dem Spaß gemacht weine ja 3 die 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 der die der die Ja, okay, jetzt muss ich aufhören. Bis bald. Ciao.